Wer sollte nicht vegan leben? Das ist eine Frage, auf die ich gestoßen bin. Ich bin ja Veganer und so wirst du jetzt von mir keine unvoreingenommene Antwort bekommen, sondern letztlich Aussagen, warum letztlich jeder vegan leben sollte. Wer sollte nicht vegan leben? Man könnte sagen, vielleicht Eskimos, die keinen Zugang haben zu moderner Transportmittel. Tatsächlich im Nordeuropa, Nordamerika, ja, was sollte man dort essen? In nördlichen Grönland, nördlichen Kanada und Alaska. Die Eskimos mussten notwendigerweise von Fisch und Fleisch essen. Insbesondere im Winter gab es nichts und im Sommer auch nichts. Also könnte man sagen, wer sollte nicht vegan leben, wenn es keine Gemüse gibt und keine Vollkornprodukte und keine Hülsenfrüchte und zum Überleben nötig ist? Gut, dann ist es notwendig, Fleisch zu essen oder Fisch zu essen. Wer sollte nicht vegan leben? Vielleicht fleischfressende Tiere, deren Natur ist es, Fleisch zu essen. Selbst das stimmt nicht so ganz. Man weiß heute, dass vegane Katzen länger leben, gesünder sind, ein besseres Fell haben, weniger Krankheiten haben als fleischfressende Katzen. Ja, das ist so. Ich lebe ja auch in einem Ashram und dort gibt es auch einige vegan lebende Katzen und die leben sehr lange, sind sehr gesund, müssen fast nie zum Tierarzt. Sehr viel seltener als Fleischkatzen. Also ob Gleichkatzen von Natur aus eben Fleischfresser sind, profitieren auch sie von veganer Lebensweise. Genauso ist es auch mit Hunden. Hunden leben länger, haben ein glänzenderes Fell, werden seltener krank, haben weniger Krebs, weniger Arthrose, weniger Gelenkprobleme, wenn sie vegetarisch leben. Vermutlich ist Leben auf der Erde insgesamt so, dass vegane Lebensweise gesünder ist. Wer sollte nicht vegan leben? Vielleicht Kinder. Nein, das stimmt auch nicht. Auch Kinder können vegan leben. Ich lebe ja in einem Yoga-Ashram, wo es manche Laktor-Vegetarier gibt und manche Veganer. Und meine Erfahrung ist, vegane Kinder leben sehr gesund. Dort gibt es keine Frage, Kinder können vegan leben. Ich weiß, in den 1990er Jahren sollten ja sogar Kindereltern weggenommen werden, die die Kinder rein pflanzig ernähren wollten. Das war eine der Abirrungen der Medizin. Heute weiß man aus empirischen Studien, Kinder, die vegan ernährt werden, leben sehr gesund. Man muss eben nur aufpassen, dass es eben wirklich eine vollwertige vegane Ernährung ist. Wer sollte nicht vegan leben? Manchmal wird gesagt, manche Menschen haben eine bestimmte Blutgruppe und das würde zeigen, dass sie aus der Steinzeit heraus irgendwo Fleisch essen sollten. Das ist vollkommener Quatsch. Die Blutgruppe eines Menschen hat überhaupt keinen Einfluss darauf, welche Ernährung für den Menschen am besten ist. Diese Blutgruppendiät ist die allergrößte Menschen-für-dumm-verkaufen-Sache, die es gibt. Die Blutgruppe hat keinen Einfluss, was Menschen verdauen können oder nicht verdauen können. Wer sollte nicht vegan leben? Vielleicht Männer, denn Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Und Menschen sind von Natur aus Jäger und Sammler. Und die Frauen waren vielleicht mehr die Sammlerinnen und die Männer waren mehr die Jäger. Und tatsächlich ist es heute so, Frauen essen sehr viel weniger Fleisch als Männer. Das war schon vor einigen Jahren so. Aber Frauen leben länger als Männer, und zwar acht Jahre länger. Warum wohl? Vermutlich spielt auch eine Rolle, dass Frauen eher vegetarisch essen als Männer, beziehungsweise dass Männer mehr Fleisch zu sich nehmen. Es gibt sogar Studien, die zeigen, wenn Frauen und Männer eine ähnliche Lebensweise haben, dann leben Männer und Frauen gleich lang. Zum Beispiel hat man mal verglichen, Nonnen und Mönche, wo letztlich die Ernährung ähnlich ist. Da gibt es keinen Unterschied mehr in der Lebensverwartung. Dass Männer früher sterben als Frauen, liegt auch an ihrer Lebensweise. Und ein Faktor ist sicherlich, dass sie mehr Fleisch essen. Letztlich ist die Frage, wer sollte nicht vegan leben, klar zu beantworten, niemand. Jeder kann vegan leben. Es gibt keinen Grund, in der modernen westlichen Zivilisation, wo wir Zugang haben zu Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, Gemüsen und Salaten, Nüsse und Saaten und Obst, es gibt dann keinen Grund, Fleisch zu essen. Und wenn dir irgendjemand was anderes sagt, dann weißt du, der ist nicht auf dem neuesten Stand der Ökotrophologie, der Ernährungskunde. Man kann alles, was du brauchst, vegan bekommen. Nur manchmal, bei manchen Mangelerscheinungen oder Erkrankungen, muss man darauf aufpassen, dass das, was fehlt, auf gute Weise zu sich genommen wird. Eventuell musst du irgendwelche Präparate zu dir nehmen, wie zum Beispiel B12 oder darauf achten, bestimmte Nahrungsmittel besonders zu verzehren und andere vielleicht nicht.